Was sonst noch passiert ist, das gibt es jetzt im Nachrichtenüberblick. Anhörung am Supreme Court. Heute beginnt die Anhörung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett. US-Präsident Donald Trump würde sie noch sehr, sehr gerne vor der Wahl am 3. November in den Supreme Court reinschicken. Diese Anhörung nutzen die Demokraten für ihre Kritik. Zum Beispiel, der Richterposten soll erst nach der Wahl nachbesetzt werden, so wie es der Wunsch der verstorbenen Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg war. Und außerdem kann sich Barrett offensichtlich nur sehr schwer von ihren persönlichen Meinungen lösen. Sie ist eine sehr, sehr starke Abtreibungsgegnerin, betont das auch immer öfter. Verschärfte Corona-Maßnahmen europaweit. Nachdem zum Beispiel Tschechien, Spanien, vor allem in Madrid oder auch die Slowakei schon sehr strenge Gesetze und wieder einige Einschränkungen erlassen haben, wird es in München noch ein Stück krasser. In München ist die Anzahl der Personen, die sich auf einmal treffen dürfen, auf 10 beschränkt und auch der Alkoholausschrank wird eingeschränkt. In der Slowakei gibt es jetzt überhaupt schon eine Maskenpflicht im Freien. Außerdem dürfen Restaurants Essen nur noch und zwar ausschließlich zum Mitnehmen anbieten. Wie es in Österreich weitergehen wird? Naja, ein zweiter Lockdown, der wird wohl nicht kommen. Gesundheitsminister Anschober betont immer öfter und eigentlich in jedem Interview, nein, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben. Wir sind sehr weit davon entfernt. Der Kilimanjaro brennt. Der fast 6000 Meter hohe Berg ist gestern in Flammen aufgestiegen und das Feuer geht weiter. Menschen aus den benachbarten Orten helfen zwar unermüdlich und versuchen das Feuer zu löschen, aufgrund der Höhe des Berges gestaltet sich das aber sehr schwierig. Und AMS für HC Strache, Wien hat Strache gestern bei der Wien-Wahl einen Korb gegeben. Er wird es mit seiner Liste voraussichtlich nicht schaffen. Und was wäre eine Wahl und was wären Wahlergebnisse ohne das Internet, ohne Memes und Tweets, die genau das kommentieren?